Scheiße. Okay, hier brauchen wir eigentlich nur Dustbreaker und dann gewinnen wir automatisch. Dustbreaker ist fast automatisch gewonnen. Halten wir Shadow Visions. Wie gut ist Shadow Visions halten? Eigentlich nicht gut. Nicht gegen Paladin. Das könnte OTK sein. Der arme Dollgrifte hat mir zwei Sterne gebracht. Das ist schon in Ordnung. Wenn wir hier nicht im Turn führen, das Breaker haben, haben wir ein Problem. Most likely. Da nehme ich aber den Kartra mit, oder? Nehme ich hier den Kartra mit, oder? Ne, hier achte ich auf Bord, ne? Kartra ist überhaupt nicht nötig. Junge, extra Arms. Let's fucking go. Ich habe es euch gesagt. Extra Arms. Extra Arms auf die Cleric. Und Zucker. Und Zucker. So, Leute. Und los. Extra Arms. War nicht mal Evenpal in der heiße Scheiße? Ja. Wird auch immer noch okay gespielt. Aber jetzt eher selten. Geh hier auf Bord. Geh hier auf Bord. Es ist egal, ob die Cleric stirbt. Gewinnen hier über Bordkontrolle. Ganz klar. Spot immer schön sauber halten gegen Paladin. Ist es okay, dass er das cleart? Wait, what? What? Really? Really? Aha. Interessant. Das Bord ist schon so gut, Alter. Reporting for duty. Du machst nicht die Cleric weg. Wer braucht so schon das Breaker, war? Alter, auf den Moor Arms. Ja, da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Ich habe jetzt Anduin, ich habe Drake, ich habe Scream. Also, das sollten wir haben, oder? Das ist ein Conceit. Das ist ein Conceit, oder? Ja. Komm. Fungal Mancer muss kommen, sonst hat er verloren. LOL, Witch's Cauldron. Meinst du, jetzt Healing Rain wäre der Hammer für ihn. Ist machbar. was kriegt er jetzt für ein random schlennigen scheiß alter wait warum clearst du denn nicht er hätte mit dem 1 1 an den 3 1er geklirrt okay jetzt kommt irgend random scheiß lightning storm das verspricht ja noch nicht mal den clear das meinte ich damit das verspricht nicht mal den clear okay es verspricht den und nötig und nötig screame ich das oder mache ich oder übernehme ich die cauldron kann ich auch scremen oder ich mein screen ist halt echt gut da kommt so viel kleinen scheiß und so entdeckt scream ist komplett in ordnung jetzt soll er einfach hat fünf mal nur was soll er da machen macht ein bisschen klein wie kommt der drag runter ist auf sechs mit meinem platz hätte ich ließe mit cleric hätte ich ließe ja hause raus also jawohl schöner konzip knapp wird jetzt gedrückt schöner konzip knapp ja freue mich ist ja fast noch zermürbender dass er alles zu schön leute ich werde so angepasst ich mit konziden hat der bock der gibt nicht auf er gibt nicht auf wir haben jetzt bitte irgendwas top decken damit wir liefern haben diese scheiß an ändert war kein mensch braucht das break auf die wirklich da ist das break das ist aber kein liefern also ich habe diesen ort par da gerade nach allen regeln der kunst auseinander genommen schön ich glaube man könnte sagen das war gerade nach allen regeln der kunst kann nicht schön das war das haus und highlight für heute ich hoffe es hat euch gefallen lasst eine positive bewertung da wenn dem so ist und schreibt mir natürlich eure meinung zum match unten in die kommentare an der stelle möchte ich mich bitte in der drüben eingeblendeten finanziellen support und bedanken vielen lieben dank dass es mir möglich macht diese haus und videos hier zu produzieren falls sich jemand dieser liste anschließen möchte klickt einfach mal rechts oben oder unten in der video beschreibung dort findet ihr auch alle links zu meinen social media kanälen falls ihr mir auf twitter oder instagram folgen wollt um mehr von mir außerhalb von youtube zu sehen ansonsten lasst auf jeden fall ein abo auf dem kanal da und vergesst nicht die glocke zu aktivieren denn nur dann landen die neuen haus und highlights auch in eurer abo box oder checkt die beiden videos aus falls ihr sie noch nicht kennt und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag und bis zum nächsten haus und highlight bis zum nächsten haus und Bis zum nächsten Mal.